Ping-Pong! Baby Hai hat sich im Wald verirrt. Wo bin ich? Baby Hai hat sich im Wald verirrt. Wo bin ich? Er verteilt Glitzersteine, doch der Krebs nimmt sie weg. Oh nein! Es ist zu schwer, wie der nach Haus zu kommen. Baby Hai hat sich im Wald verirrt. Was ist das? Baby Hai hat sich im Wald verirrt. Wow, schau dir das an! Es ist ein Kekshaus, der sieht, was drin ist. Äh? Baby Hai findet seine Freunde. Lalalalalalalala Lalalalalalalala Lalalalalalalalalala Lalalalalalalala Hallo Leute! Schaut uns unsere spaßigen Spiele mit Ping-Pong Plus an. Jetzt zum Nulltarif ausprobieren!